Das sind Sachen Sphärenharmonieanlagen und wir haben die letzte Zeit eine neue Entwicklung gemacht, die heißt Holofraktal Harmonizer wegen 5G und das will ich euch präsentieren. Untertitelung. BR 2018 Normalerweise erkennt ihr mein Arbeiten von der Sphärenharmonie, die weltweit jetzt eingesetzt ist, wie ihr hier sehen könnt. Wir versuchen das einfach hier weltweit einzuordnen und in Deutschland haben wir, wo wir die Punkte sehen, mehrere Anlagen. Hier bin ich bei Peter Kutschera, der die Mini Sphärenharmonie hier anfertigt. Ja, das ist eine vorgefertigte Anlage. Hier ist die Werkstatt. Ihr könnt ja die Werkstatt hier sehen. Wir sind hier am Arbeiten und hier ist eine fertige Holofraktal Harmonizer Anlage mit Dodecaeda, Blumen des Lebens und hier ein Srientra. Und die Technik, die steckt auch dahinter. Könnt ihr auch sehen. Und hier ist Peter, der arbeitet fleißig an einer bestellten Mini Sphärenharmonieanlage. Das ist alles Handarbeit und alles präzise. Guten Morgen, Peter. Moin. Ja, du bist ja ganz früh hier. Ja. Ja. Ja, ich kann so machen, dass wir dann zusammen zu sehen sind hier. Sag mal, was du hier machst. Ist das eine bestellte, die du jetzt fertig machen musst, damit du das liefern kannst? Ja, es sind zwei Stück bestellt. Ja. Die muss man fertig machen und dann schön wäre, wenn wir auch vor Ort was haben, wenn die Kunden bestellen, dass wir schnell liefern können. Ja, genau. Ja, hier ist eine und hier ist auch die zweite hier. Ja, auch wie man sieht, hier geordnet und hier ist eine Vorphase, bevor es dann fertiggestellt wird. Ja. Okay, dann bis später. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020